Satz mit X, das war wohl nix. Oder besser gesagt, Satz mit X-Hamster, das war wohl nichts. Ich habe euch vor einigen Wochen darüber berichtet, dass die Medienanstalten der Bundesländer eine Netzsperre für das Pornoportal X-Hamster, beziehungsweise die deutsche Subdomain, beschlossen und umgesetzt haben. Aber jetzt das. X-Hamster ist wieder erreichbar. Aber nachdem sie unter dem Kürzel de.xhamster.com gesperrt waren, haben sie sich mal locker deu.xhamster.com zugelegt. Und siehe da, unter dieser neuen Subdomain ist die illegale Pornoseite wieder verfügbar. Ob man solche Netzsperren auf diese Art und Weise so einfach mal eben umgehen darf, was die Provider da tun können und wie sich es zum Thema Netzsperren in nächster Zeit so entwickeln kann, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt und nichts mehr verpassen wollt. Und ich update euch auch immer wieder, wenn ihr ein Abo dagelassen habt, so auch dieses Update zu einem Video, was ich Anfang März gedreht habe, da habe ich euch vom neuesten Coup der Kommission für Jugendmedienschutz, der KJM, berichtet. Die haben nämlich eine Netzsperre gegen eine Subdomain von xhamster verhängt. Das war die deutsche Subdomain. Da hat die KJM nach jahrelangen Katz-und-Maus-Spiel, beziehungsweise Katz-und-Hamster-Spiel, muss man hier wohl eher sagen, erreicht, dass man xhamster nicht mehr abrufen kann in Deutschland, jedenfalls die deutsche Subdomain. Warum? Naja, weil natürlich das Pornoportal die Vorschriften des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages hinten und vorne nicht erfüllt. Was man braucht, ist eine gültige Altersverifikation. Die haben die da nicht. Da muss man einfach nur sagen, ich bin mehr als 18, ja, nein, und das ist es, was die KJM gefordert hat, war eine Altersüberprüfung mit Personalausweis, es sollte verhindert werden, dass Minderjährige auf die Plattform kommen und, und, und. Wie dem auch sei, gegen die fünf größten Provider ist dann eine Anordnung ergangen, dass sie eine Netzsperre auf die dexhamster.com verhängen. Und tatsächlich, solche Netzsperren auf DNS, Domain Name Server Basis, die sind dann auch verhängt worden. Aber eben nur gegen die de.xhamster-Domain. Und jetzt gibt es eine doi.xhamster-Domain, die findet man relativ schnell, indem man einmal mal kurz googelt. Und außerdem gibt es natürlich noch die Hauptdomain.com, die sowieso irgendwie nie betroffen war, und noch eine Hauptdomain 2, also da gibt es etliche Alternativdomains. Und gesperrt ist eben nur die de. Dafür war eben die Sperrverfügung jetzt da. Die KJM selbst hatte damals schon bei der Sperrverfügung gesagt, ja, das stimmt natürlich, dass das nicht so einen höheren Schutz hat, wenn man jetzt nur eine DNS-Sperre hat, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Und die Provider selbst, denen ist das Ganze ein Dorn im Auge. Die sagen, der können wir es auch gleich sein lassen. Was soll das mit diesen Netzsperren? Wir können da, die ja so schnell, die werden so schnell umgangen, dass das bei uns viel mehr Aufwand erzeugt, als das Ganze hilft. Naja, und ein Provider, der hat jetzt gegen den Bescheid, dass er so eine Netzsperre gegen X-Hamster erlassen soll, Klage beim Verwaltungsgericht in Berlin erhoben. Und da wird aktuell die Rechtmäßigkeit der Sperren geprüft. Die Frage ist, sind die rechtmäßig? Hat die Klage des Providers Erfolg oder eben nicht? Naja, man muss wohl sagen, Internet-Provider sind zunächst mal zur Netzneutralität verpflichtet. Das ist eine EU-Richtlinie, die eben sagt, dass Daten unabhängig durch die Netze geleitet werden müssen. Das heißt, egal welche Herkunftsdaten haben, egal welchen Inhalt, welche Anwendung, welche Absender, welche Empfänger, sie müssen immer gleich behandelt werden. Das heißt aber nicht, dass deswegen nach dieser EU-Richtlinie nicht irgendwelche Straftaten verhindert werden dürfen. Netzneutralität heißt zunächst mal, dass ein Provider nicht einen eigenen Streaming-Anbieter aufmachen darf, den dann mit Tempo bevorzugen darf, sodass ihr immer HD oder Full HD oder was weiß ich, 5K-Qualität habt und dann andere Streaming-Anbieter wie Amazon Prime ausbremsen dürfte. Das bedeutet Netzneutralität. Netzneutralität bedeutet nicht, dass man auch Straftaten übers Netz begehen darf. Insofern muss man wohl sagen, dass es auch in der Vergangenheit schon illegale Streaming-Portale gab, die geblockt worden sind, wo Raubkopien gestreamt worden sind, Hass- und Gewaltseiten, extremistische Foren sind mit Netzsperren entsprechend geblockt worden. Oder zumindest, das muss man hier wohl tatsächlich sagen, es ist versucht worden, diese zu blocken. Denn ihr habt ja gerade gesehen, Netzsperren sind ein ziemlich uneffektives oder ineffektives Mittel, um Menschen von Inhalten fernzuhalten. Naja, wer technisch nicht so versiert ist, denkt sich dann auch komisch, Seite ist weg, kann ich nicht mehr aufrufen. Wenn das sozusagen in den Bookmarks war und man klickt immer nur drauf und sucht nicht weiter, wird man wahrscheinlich drauf kommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Leute wissen, wie man Google bedient und schmeißt uns dann angucken, was ist denn da los, wenn der Inhalt sie interessiert. Und ich glaube, X-Hamster ist immerhin die fünftmeist abgerufene Seite in Deutschland. Dann wird man wahrscheinlich mal dann nach Google und gucken, was denn da los ist. Und insofern, naja, man muss darüber diskutieren, ob solche Sachen dann nicht nur in einem Pornoportal, was vielleicht vorher nicht eben bekannt war, dann eher noch in die Öffentlichkeit gehoben werden. Aber letztlich muss man auch über das Thema Netzsperren diskutieren können. Man sieht, was die KJM dann damit erreicht. Aber ganz ehrlich, ich möchte auch nicht in der Haut der KJM stecken. Ich bin auch dagegen, dass Kinder so ohne weiteres Zugriff auf diese Inhalte haben, die ganz bestimmt Jugendgefährten sind, das sagen die Experten. Und da kann man sich den Experten nur anschließen. Als ich noch jung war, gab es in den Videotheken extra ab 18 Bereich, wo es dann eben die Videokassetten zu sehen gab. Da musste man Personalausweis zeigen und man kam da einfach gar nicht rein, weil schon die Videokassetten, die Außenhüllen quasi als jugendgefährdend galten. Keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ich in der Haut der KJM stecken würde. Man muss nur leider sagen, dass diese Netzsperren jetzt nicht so super viel bewirken. und tatsächlich nur schwer durchzusetzen sind. Gegen die EU-Netzneutralitätsverordnung verstoßen die Netzsperren jedenfalls im Grundsatz nicht. Das ist meine Meinung dazu. Sie bleiben halt schwer durchzusetzen. Wenn der Betreiber im Ausland sitzt, sieht man auch, der nimmt einfach eine neue Domain und hat dann rucki zucki, dann ist er ganz schnell wieder online. Online, man könnte überlegen, dass man jetzt irgendwelche flexibleren Netzsperren erlässt, die dann auf das gesamte Portal gehen. Aber solche Werkzeuge, wo man sagt, alles, was X-Temps an Domains aufmacht, müsst ihr sperren. Aber das ist ja zu vage. Und das wäre auch für einen Gerichtsvollzieher zu vage, der das Ganze dann vollstrecken müsste. Nee, nee, das muss schon immer auf die konkrete DNS laufen. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Okay, sagen wir mal, wir wären jetzt alle d'accord, dass man sagt, Jugendliche und Minderjährige muss man aussperren von diesem Portal. Was würdet ihr sagen? So ein Portal wie X-Hemster sitzt auf Zypern, habe ich, glaube ich, letztens gesehen. Man kommt da sehr schwer ran. Wie würdet ihr vorgehen? Was würdet ihr sagen, was kann man technisch tun, wenn die KJM jetzt etwas macht, was im Prinzip ja keinen Sinn hat? Vielleicht sind ja Techies unter euch da und wir können der KJM, die hier bestimmt auch ein bisschen mal reinguckt, mitliest, mal ein paar Tipps geben. Also unten in die Kommentare, was könnte man tun, um hier wirklich einen effektiven Schutz zu gewährleisten? Fällt euch was ein und sagt ihr, das Internet ist quasi freiwillig nicht regelbar. Die KJM hatte eben am 3. März, als sie die Entscheidung verkündet haben, schon eingeräumt, DNS-Sperren. Ja, wir wissen, die sind leicht zu umgehen und vielleicht müssen wir dann nochmal erneut reagieren. Aber ganz ehrlich, ich habe es euch gerade schon gesagt, das liegt jetzt schon eine Latte an Alternativdomains und mit einem Klick ist so eine Domain auch mal eben angemeldet. leicht wird es nicht. Und wenn man die IP-Adresse sich abgespeichert hat, also die lange Zahl, dann braucht man die Domain sowieso nicht mehr. Dann gibt man einfach die lange Zahl im Browser ein und kommt immer dahin. Das Katz-Katz-und-Hamster-Spiel wird wahrscheinlich jetzt in die nächste Runde gehen. Ich werde für euch auf jeden Fall dranbleiben, beobachte das weiter. Ja, das war ein kurzes Katz-und-Hamster-Spiel, Katz-und-Maus-Spiel, was hier passiert ist. Ja, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt. Das wird nicht lange dauern, bis das umgangen wird. Das ist jetzt schon passiert. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin. Danke fürs Zuschauen.